Schau dir dieses Bild an. Was könnte das sein? Ein gruseliges Monster, zwei freundliche Bären oder etwas ganz anderes? Fast ein Jahrhundert lang wurden zehn Tintenkleckse wie diese als beinahe mystischer Persönlichkeitstest genutzt. Lange Psychologen und ihren Patienten vorbehalten zeigten die mysteriösen Bilder angeblich, wie der Verstand einer Person arbeitet. Was können Tintenkleckse wirklich verraten und wie funktioniert dieser Test? Erfunden im frühen 20. Jahrhundert vom Schweizer Psychiater Hermann Rorschach geht es beim Rorschach-Test weniger um die spezifischen Dinge, die wir sehen, sondern mehr um eine allgemeine Annäherung an die Wahrnehmung. Hermann war fasziniert davon, wie visuelle Wahrnehmung sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Im Medizinstudium lernte der Amateurkünstler, dass all unsere Sinne stark verbunden sind. Er forschte, wie der Wahrnehmungsprozess sensorischen Input nicht nur registriert, sondern ihn umwandelt. Als er begann, in einer Nervenklinik in der Ostschweiz zu arbeiten, begann er, verwirrende Bilder zu entwerfen, um neue Einblicke in diesen rätselhaften Prozess zu gewinnen. Mithilfe seiner Tintenklecksbilder stellte Rorschach hunderten von gesunden Testpersonen und psychiatrischen Patienten dieselbe Frage. Was könnte das sein? Jedoch war nicht wichtig, was die Probanden sahen, sondern wie sie die Aufgabe angingen. Auf welche Teile des Bildes fokussierten sie sich und bewegten sich diese, welche ignorierten sie? Half ihnen die Farbe mancher Kleckse, bessere Antworten zu geben? Oder lenkte dies sie ab und überwältigte sie? Er entwickelte ein System, um die Antworten der Leute zu kodieren und die Anzahl möglicher Interpretationen auf ein überschaubares Maß zu reduzieren. Nun besaß er empirische Methoden, um Testpersonen zu quantifizieren. Kreative und einflussreiche, Detailorientierte, die, die das große Ganze sahen und flexible Teilnehmer, die ihre Herangehensweise anpassten. Einige Leute blieben stecken und gaben dieselbe Antwort für verschiedene Kleckse. Andere lieferten ungewöhnliche und lustige Beschreibungen. Einige Tintenkleckse waren leichter zu interpretieren als andere und boten in ihrer Vielseitigkeit verschiedene Arten von Wahrnehmungsproblemen dar. Die Herangehensweise der Testpersonen zu analysieren, ermöglichte wahre Einblicke in deren Psychologie. Als der Rohrschachtest immer häufiger angewendet wurde, häuften sich Muster. Gesunde Testpersonen mit denselben Persönlichkeiten nutzten ähnliche Herangehensweisen. Patienten, die an derselben psychischen Krankheit litten, verhielten sich ebenfalls ähnlich, sodass der Test zu einem zuverlässigen Diagnoseinstrument wurde. Er ermöglichte sogar die Diagnose von Krankheiten, die anderweitig schwer feststellbar waren. 1921 veröffentlichte Rohrschach sein Codierungssystem zusammen mit den zehn Klecksen, die das differenzierteste Bild der menschlichen Wahrnehmung lieferten. In den nächsten Jahrzehnten wurde der Test in Ländern auf der ganzen Welt extrem populär. Bis in die 1960er war er offiziell mehrere Millionen Mal allein in den USA angewendet worden. Unglücklicherweise starb Hermann Rorschach weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Tests. Ohne seinen Erfinder wurde der Test, für den er methodisch so viele Daten gesammelt hatte, auf alle möglichen spekulativen Arten genutzt. Forscher wendeten den Test bei Nazi-Kriegsverbrechern an, hoffend die psychologische Wurzel von Massenmord zu ergründen. Anthropologen präsentierten die Bilder abgeschieden lebenden Völkern als universellen Persönlichkeitstest. Durch vereinfachte Dekodierungstabellen entschieden Arbeitgeber Einstellungen mit Vorurteilen. Als der Test in die Populärkultur Einzug hielt, nahm seinen Ruf bei Medizinern rapide ab. Und die Kleckse begannen aus der klinischen Praxis zu verschwinden. Heute ist der Test immer noch umstritten und viele Leute glauben, er sei widerlegt worden. Aber 2013 zeigte eine Auswertung aller vorliegenden Rorschach-Forschungen, dass der Test richtig angewendet, gültige Ergebnisse liefert, die dabei helfen können, Geisteskrankheiten zu diagnostizieren oder das psychologische Profil von Patienten zu vervollständigen. Er ist kaum der einzige Schlüssel zum menschlichen Geist. Aber seine visuelle Herangehensweise und der Umstand, dass es keine einzig korrekte Antwort gibt, helfen Psychologen weiterhin, sich ein deutlicheres Bild zu erschaffen, wie Menschen die Welt betrachten und bringen uns dem Verständnis der Muster, die unserer Wahrnehmung zugrunde liegen, einen Schritt näher. Gibt es etwas Interessanteres als Gehirne? Vielleicht einen Körper zu haben, der auch ein Gehirn ist. In diesem Video erfahren Sie mehr über den faszinierenden Geist des Tintenfisches.